Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video, denn ich stelle euch 7 kleine Tipps vor, die euer Spielerlebnis und die Organisation rund um die Sims verbessern werden. Zu Beginn gebe ich euch den Tipp, dass ihr euren Mods-Ordner sortieren solltet. Hierbei sind möglichst viele Unterordner schlau, sodass man beim Aussortieren direkt weiß, wo sich etwas befindet. Ich weiß, dass ich es selber noch besser machen könnte, aber so sollte es zumindest aussehen. Da ich weiß, dass viele ihre Sachen komplett nur in einen einzigen Ordner packen. Bevor ihr das Spiel updatet, solltet ihr ein paar Dateien backuppen, falls sie durch den Patch oder neue Bugs kaputt oder verloren gehen. Dabei kopiert am besten Tray-, Mods- und Saves-Ordner, das sind die wichtigsten, und tut sie woanders hin. Ich selber habe auf einer externen Festplatte einen Ordner für das Backup, aber der Desktop zum Beispiel tut es auch. So müsst ihr keine Angst haben, dass ihr euren Spielstand verliert. Kleiner Einschub an der Stelle, vergesst nicht, nach einem Update die Mods und den CC wieder in den Einstellungen einzuschalten. Wenn wir schon mal Backups sind, diese kann man auch ingame machen, quasi. Dafür lege ich jedes Mal, wenn ich spiele, einen neuen Spielstand an und benenne ihn nach der Challenge bzw. dem Let's Play, sodass ich immer weiß, wozu der da ist. So habe ich eine gute Übersicht und muss mir nicht allzu große Sorgen machen, wenn mal etwas schief geht. Wer kennt es nicht, man spielt sieben Stunden lang am Stück Sims und BÄM auf einmal stößt das Spiel ab, doch man hat die ganze Zeit nicht gespeichert. Ärgerlich, aber das kann man leicht umgehen, indem man einfach regelmäßig speichert. Ich persönlich speichere immer, wenn alle meine Sims im Bett liegen, also nachts. Das ist also mindestens ca. alle 20 Minuten der Fall. Auch so kann kaum mehr etwas schief gehen und wenn, dann habe ich nicht so viel Zeit in den Sand gesetzt. Das Spiel langweilt euch manchmal zu Tode? Probiert mal neue Sachen aus. Dabei helfen Challenges, die einen zwingen, neues Gameplay auszutesten, was man sonst nie machen würde. Es gibt online so unendlich viele Challenges, wie zum Beispiel Star Sign Legacy, Rags to Riches, Gold Digger und so viele weitere, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Alternativ könnt ihr natürlich auch mal die Szenarien vom Spiel selbst austesten. Die sind auch kreativ und helfen dem Spiel mehr Pep zu geben. Zu guter Letzt bin ich der Meinung, dass ihr dem Spiel mehr Leben gebt, indem ihr Grundstücke aus der Galerie platziert. Sehr viele und vor allem immer verschiedene. Das sorgt für Abwechslung und außerdem ist es immer cool zu sehen, was andere Leute so bauen können. Irgendwie habe ich die Nummer 7 verpasst. Deswegen solltet ihr einfach meinen Kanal abonnieren. Das hilft euch in eurem Gameplay wirklich. Vertraut mir einfach. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr dabei wart. Ich weiß, dass es diesmal ein bisschen anders war, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und die Tipps helfen euch in irgendeiner Weise. Also, wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss! Tschüss!